Willkommen nach Österreich, wo eine neuerliche Attacke der rechtsextremen Identitären wieder für Aufsehen sorgt. Gestern Abend haben ja einige eine Uni-Lehrveranstaltung in Klagenfurt, in der es um Flüchtlinge geht, mit einer Störaktion, einer vorgespielten Steinigung, zum Abbruch gezwungen. Angeblich wurde auch der Rektor dieser Universität, Oliver Wittuch, attackiert und verletzt. Die Identitären wiederum behaupten heute, sie wären gar nicht aggressiv gewesen, wollen jetzt den Spieß umdrehen und behaupten, sie seien attackiert worden. Die Aufregung jedenfalls ist groß. Das ist ja auch die Absicht solcher Störaktionen. Es gibt eine Welle des Protestes, die Ermittlungen laufen auf Hochtur. Und deswegen begrüße ich in unserem Studio in Klagenfurt den Sprecher der Landespolizeidirektion, Rainer Dionisio. Schönen guten Abend. Guten Abend nach Wien. Was gibt's Neues? Wissen Sie, was wir noch nicht wissen? Es gibt bereits erste Ermittlungsergebnisse. Es ist uns wirklich in kürzester Zeit gelungen, jedenfalls einmal die Identität desjenigen Tatverdächtigen auszumitteln, der im Verdacht steht, den Rektor der Universität Klagenfurt bedroht und auch attackiert zu haben. Es ist allerdings noch nicht so weit, dass wir sagen können, um wen es sich handelt. Wir müssen hier sehr aufpassen, die Ermittlungen erst abschließen, damit wir der Justiz auch eine beweiskräftige Anzüge übermitteln können. Erkennen Sie es nur einen oder alle zehn? Sind das Kärntner? Kennt man die? Es ist jedenfalls einmal einer sicherlich identifiziert. Vom Weiteren gibt es auch Verdachtsmomente. Wir werden mit Sicherheit alle ausmitteln können. Aber wie gesagt, es ist eine Sache, wir sind zur Objektivität verpflichtet. Wir müssen warten, bis wir das Gesamtergebnis haben, müssen alle Zeugen befragen. Wir müssen auch sehr, sehr viele Videos sichten. Obwohl der Sachverhalt erscheinbar klar ist, braucht es hier noch einiges Ermittlungstätigkeit, bis wir eine fertige Anzeige zusammen haben. In welcher Richtung ermitteln Sie eigentlich? Körperverletzung, Verhetzung, Unruhe, Stiftung? Wohin geht das? Ermitteln tut das Landesamt für Verfassungsschutz. Ermitteln konkret wegen versuchter Körperverletzung, wegen gefährlicher Drohung und auch wegen Verhetzung. Was droht denn für eine Strafe im, sagen wir es mal unter Anführungszeichen, schlimmsten Fall? Das steht jetzt wirklich noch nicht fest, welche Strafe der im schlimmsten Fall auch wirklich drohen würde. Es ist auf jeden Fall eine Sache, die mit Freiheitsstrafe bedroht ist. Es muss noch geklärt werden, ob der Tatbestand zum Beispiel der Verhetzung auch wirklich gegeben ist. Es ist ein sehr komplexer Tatbestand, muss alles beweiskräftig untermauert werden. Bis wir so weit sind, dauert es noch einiges an Ermittlungstätigkeit. Jetzt ist es nicht der erste Zwischenfall mit Identitären, auch nicht in Kärnten. Warum haben Sie das nicht im Griff? Ich kann sagen, in Kärnten gibt es bis jetzt noch keine, wie soll ich sagen, aufsehenerregenden Aktionen oder Steueraktionen von Identitären. Es gibt sie wie in ganz Österreich auch natürlich in Kärnten, aber bis jetzt sind sie noch relativ harmlosen, sage ich einmal in Anführungszeichen, Aktionismus aufgefallen, wie zum Beispiel durch Entrollen von Transparenten, durch Parolen oder sonstiges. Das heißt, diese Störaktion auf der Universität Klagenfurt ist doch eine ganz neue Qualität, wie wir es in Kärnten bisher noch nicht gekannt haben. Dann schätze ich die Frage, warum haben Sie es jetzt nicht im Griff? Sie fragen jetzt, warum die Polizei das nicht im Griff hat. Ja, also aus der Politik kam das heute auch, vor allem von den Grünen. Die Polizei soll da ein bisschen härter einschreiten, heißt es. Die Polizei macht das in diesem Fall, was sie immer macht und das ist auch der richtige und der beste Weg. Wir werden hier, genauso wie in jedem anderen Fall, objektiv vermitteln. Wir werden alle Beweise zusammentragen, die wir brauchen, um das der Justiz zu übermitteln können, damit das wirklich auf rechtsstaatliche Weise dann auch geahndet werden kann. Und da braucht es eine ganz, ganz viel Ermittlungstätigkeit. Aber eines ist ganz klar, genauso wie bei jedem anderen Fall gibt es keine Vorverurteilung. Es gibt eben Ermittlungen, die eben bis zum Abschluss dann einmal zusammengetragen werden. Und dann gibt es erst eine Sache, die sozusagen der Justiz übermittelt werden kann. Und hier zu sagen, die Polizei hat das nicht im Griff, das ist doch etwas Seltsames. Ich kann nur wiederholen, so eine Störaktion, wie wir das gestern erlebt haben, ist uns auch neu. Es ist eine neue Qualität. Wir werden sehen, wie wir darauf reagieren. Auf jeden Fall wird es nächste Woche auf der Universität Klagenfurt die Übersuchen des Rektors die Überwachung einer ähnlichen Lehrveranstaltung geben. Und dann wird man sehen, wie die Sache sich weiterentwickelt. Am Montag ist so ein Workshop, ein bisschen heikler Workshop, sagt auch der Rektor. Da geht es auch um Integration und Medien. Das heißt, der wird jetzt speziell überwacht und zukünftige Veranstaltungen. Wie geht das? In jedem Fall wird einmal diese Lehrveranstaltung von der Polizei, vom Landesamt für Verfassungsschutz überwacht. Werden auch die Universität Klagenfurt, die ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Man wird natürlich sehen, wie wir mit dem weiter umgehen und ob es weitere Störaktionen geben wird. Ich glaube, dass es der richtige Weg ist, das zu machen, was die Polizei immer uns richtig macht. Und zwar nämlich ordentlich ermitteln, wirklich die gesamte Szene im Blickfeld zu haben. Auch wenn es einfach ausschaut, das braucht wirklich irrsinnig viel Arbeit und ganz viel Hintergrundwissen. Und dann letzten Endes soll es eine rechtsstaatliche Entscheidung der Justiz geben. Und das ist das Signal, dass sowas eben nicht funktioniert und hier in Kärnten auf keinen Fall toleriert wird. Weil Sie die Anzeige angesprochen haben, die behaupten ja, Sie waren gar nicht aggressiv, Sie haben gar niemanden attackiert. Sie seien attackiert worden, unter anderem vom Rektor und die wollen jetzt Anzeige erstatten. Ist die schon eingelangt? Ich kann Ihnen sagen, bis dato ist noch keine Anzeige eingelangt. Ich kenne diese Sache auch nur aus den Medien. Wir warten darauf. Bis dato ist bis jetzt noch keiner gekommen, der das so einen Sachverhalt angezeigt hätte. Aber wissen Sie was über die Vorwürfe? Stimmen die? Wurde da jemand verletzt vor der Identitären? Angeblich wurde ein T-Shirt zerrissen? Ich kenne die Presse aus. Ich kenne das Foto, das mitgeschickt wurde. Aber ich habe noch keine Beweise gesehen, die jetzt so eine Sachverhalt wirklich untermauern würden. Aber auch hier gilt es zu sagen, wir müssen alles überprüfen. Es waren sehr, sehr viele Menschen anwesend. Die müssen alle befragt werden. Die Videos müssen alle gesichtet werden. Und dann wird man am Ende des Tages wissen, was tatsächlich stattgefunden hat. Jetzt gibt es am Montag diese Veranstaltung, die speziell überwacht wird. Es wird eine Reihe von Veranstaltungen geben in Kärnten in die nächste Zeit. Werden die jetzt alle speziell überwacht wegen der Identitären oder nimmt man das ein bisschen locker? Es ist jetzt sicherlich einmal eine Sache, die jetzt neu ist, auch für die Polizei in Kärnten. Und man wird sich überlegen müssen, wie wir jetzt mit dieser Sache neu umgehen. Also es ist ein neuer Sachverhalt. Hat es in Kärnten bisher noch nicht gegeben. Bedeutet, keine Schnellschüsse. Jedenfalls einmal die Überwachung der nächsten Veranstaltung. Und dann wird man sich überlegen, was notwendig ist, um solche Sachen zu unterbinden. Aber ich glaube trotzdem, dass ich sagen kann, verhindern wird man das weder in Kärnten noch in ganz Österreich können. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Eine gute Nacht nach Klagenfurt. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.